Auch als Lehrende können wir KI-Sprachsysteme einsetzen, beispielsweise als Assistenten bei der Lehrveranstaltungsplanung. KI-Sprachsysteme können uns beispielsweise Lernziele formulieren oder ganze Veranstaltungsbeschreibungen ausgeben. Wir können auch KI-Sprachsysteme nutzen, um Quizaufgaben erstellen zu lassen. Also beispielsweise erstelle mir zu diesem oder jenem Thema fünf Multiple-Choice-Fragen mit je vier Antworten, von denen jeweils nur eine richtig sein soll. Oder wir laden einen ganzen Text hoch und lassen uns Prüfungsaufgaben zu diesem Text erstellen. Anschließend können wir uns vom KI-Sprachsystem einen Bewertungsraster erstellen lassen und sogar das System bestimmte Lösungen bewerten lassen. Oder man lässt sich zu bestimmten Aufgaben die Lösungen produzieren. Also auch für Lehrende kann ein KI-Sprachsystem wirklich nützlich im Alltag sein.